Umweltminister Franz Untersteller, Grüne, war gestern zu Gast bei einem Windbranchenexpertentreffen bei den Tübinger Stadtwerken. Die Mitglieder des Windcluster Baden-Württemberg hatten sich dort versammelt, um über den Stand der Windkraft im Land zu diskutieren. Der Windcluster Baden-Württemberg unter dem Vorsitz von Dr. Walter Döring ist im Mai 2011 gegründet worden. Inzwischen sind rund 70 Firmen und Organisationen eingetragene Mitglieder des Vereins. Sie haben sich zum Ziel gemacht, sich öffentlich für den Ausbau der Windenergie und auch für mehr Planungssicherheit im Land einzusetzen.